Dieses Hotel gibt es seit 125 Jahren. Den neuen Direktor seit sieben Monaten. Vor sechs Wochen wurde eine neue Telefonanlage eingerichtet. Alle fünf Tage werden Getränke geliefert. In vier Stunden der neue Gasherd. Vor drei Minuten hat Familie Günther eingecheckt. Und jeder Rechnungsbeleg wird gescannt und innerhalb weniger Sekunden an den Steuerberater übermittelt. Mit dem digitalen Belegaustausch von DATEV. So bucht man heute. So bucht man heute.